Hallo Leute, Jens und Traum. Auf dem Kanal ist Standard Gaming und wie ihr hier schon sehen könnt, ich bin heute mal den Muskel-Legends-irgendwart. So, wir gucken auch mal direkt, was wir hier machen können. Das ist hier mal die Frage. 150 A, die können wir hier nehmen. Okay. Keine Ahnung, was ich hier mache und wie ich es überhaupt richtig... Ah, ich mache es richtig, okay. Also, ich bin vollkommen... Das sieht man, wie man hier sehen kann. Ja. Weiß gar nicht, was man hier alles so machen kann. Also, Items habe ich 0. Boost, also die kann man sich dann anscheinend irgendwann kaufen. Wieso, Handel? Äh, 1000... Irgendwer braucht man erst Statistiken. Ö-Stand-U. Ja, 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 ja. Quests. Find NPCs to... Ja, okay. Bewegungen. Ausrüsten, Ausrüsten. Achso, habe ich ja. Also, hier muss ja irgendwo einen Shop geben, wo man hier das machen kann. Oder geht das nicht? Weil das hier ist Kämpfen und das hier ist Trainieren. Okay. Absolut keine Ahnung, wo man hier denken kann. Tipp, trainiere auf Teenie-Eisen, wenn du zu klein bist, um riesige Heber zu bekämpfen. Geh weg. Ja, will ich. Hallo. Kack. Kack. Typ, ey. Rumbelonnungen. Ja, ich habe ihn in keiner Gruppe. Ich check nicht, wo man hier laden. Nee, das ist doch nur was zum Kaufen. Aber ich will den richtigen Shop finden. Äh, gibt es keinen richtigen Shop? Leute, ich bin gerade ein bisschen... Egal. Entschuldigung, aber ich... Schlegerade. Nee, will ich nicht. Hä, man muss doch irgendwo Dinge kaufen können. Handel. Nein. Äh, zum Strand. Hier sind sicher auch Teenie-Eisen. Oh, äh, Teenie-Eisen, da ist das. Aha. Äh, eine Wiedergeburt. Ja, das brauche ich ja alles nicht. Ich will eigentlich irgendwas finden, wo man was kaufen kann, aber... Kann man nicht. Ja, 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 ja. Aha. Okay, Leute, ich habe mir jetzt ein bisschen alles angeguckt. Ihr seht auch schon, dass ich jetzt ein bisschen stärker bin. Ähm, also man kann hier jede sechs Stunden irgendwie eine Belohnung abholen. Ich denke mal, das ist hiermit gemeint. Ähm, allerdings bin ich ja nicht in der Gruppe. Und hier kann man sich irgendwie ein blauer Kristall holen, aber da weiß ich selber nicht mehr, was das genau ist. Auf jeden Fall sind hier irgendwo tatsächlich... Tatsächlich... Oh, jetzt. Das stimm ich weg. Sind hier irgendwo, ähm, so... Wie heißt das? So, ähm... Hier, diese Gems da oben, diese blauen. Die muss man suchen. Hallo. Geh weg. Oh, ich hasse diese Leute, ne? Geh doch nur da hinlaufen. 2,5 K. Jetzt kommt der blöde fette Manetti. Du brauchst 2,5 Sterne und... Und was? Ich will das auch gar nicht beitreten. Ich will in diese Kack-Insel reingehen. Lass mich in die grüne Insel. Geh weg, du blöder Mensch. Lass mich bitte, du Reun. Du Rot-In-K. Ja. Ey, ich bin doch fast drinnen gewesen. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da drin bin. So, Leute, ich hab's jetzt mal endlich geschafft, dass ich mal hier angekommen bin. Weil hier kann ich jetzt machen, was den will, so. Äh... Der winziger Stein erfordert 0 Plus-Haltbarkeit. Ah, 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 ah. Okay. Bisschen trainieren. Habe ich neue Bewegungen? Prost, prost, jetzt. Aber hier muss doch irgendwo was geben, was man sich, äh, holen kann. Weil ich hab ja im Moment nur diese beiden Kack-Insel. Ah. Egal, Leute. Ich hab echt keine Ahnung davon. Aber wir können ja mal gucken, ob wir das Laufband hier benutzen können. Ja, komm. Wow. Funktioniert ja auch alles. Ey. Äh. Wofür ist das? Also ich hab ja jetzt fast 300 Dinge. Aber man muss doch irgendwas bekommen, was man dann kriegen kann. Du wirst nach 1K-Stärke aus 1K-I-Slam teleportiert. Okay, also ich kann hier so lange dranbleiben, bis ich 1K-Dingens habe. Ah, man muss das auch wahrscheinlich machen. Okay, okay, okay. So langsam verstehe ich das hier. Größer einstellen. So kann man im Moment nicht. Mhm, 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 mhm. Rängel? Nein. Nicht feuriger Glühner. Tipp 6. Auf Teilen heißt es, gibt es keinen Kampf. Mere einfach. Nee, bis du stark genug bist. Ja, aber ich will doch hier diese Dinger. Oh, bin. So, dann muss ich das jetzt hier machen. Okay. Ah, das hier gibt mir sogar beides. Ja, dann mach ich das doch. Umstand so. Nee, ich will jetzt erstmal ein bisschen hier pumpen. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wie man es macht. Aber egal. Ja. Ranger Eagle. Aber die haben doch schon... Jetzt. Warum hab ich keine? Ich finde hier aber auch nirgends mit diesen komischen blauen Dinger. Ja, keine Ahnung. Jetzt steht hier auch nur so am blöden Dings rum. Kein Kampf auf ein... Ja, ist ja auch irgendwie lobig, ne? Ja. Ja. Warte, werde ich jetzt dicker? Ah ja, tatsächlich. Man hat hier gerade kurz ein bisschen gesehen, wie ich dicker werde. Könnt ihr ehrlich auch gleich sehen. Da, jetzt hat man es gesehen. Warte, ist Stando da? Tötungen, null. Schräge, null. Wiedergeboten, null. Ja. Aber warum kann ich noch nichts anderes machen, außer jetzt hier diese beiden Dinger? Weil ich hab ja auch keine anderen Bewegungen freigeschaltet. Hebe Aura entfesselt. Hä? Was bedeutet das? Egal. Ich mach einfach weiter, Leute. Keine Ahnung, was das bedeutet. Auf jeden Fall bin ich jetzt so Gold. Ach so, das ist wahrscheinlich, weil ich jetzt... Na ja, wie die mich versucht zu hauen, aber geht ja nicht. Mach die mit mir das hier. Alles klar. Ich will auf jeden Fall bis tausend kommen heute. Mal gucken, wann ich da lande. Ich bin ja auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen größer wie am Anfang. Kann man ja auf jeden Fall sehen, Leute. Ah, jetzt hab ich auch riesig sogar schon. Hm. So. Ah, jetzt hat die auch irgendwas Pinkes. Warum ist das jetzt so rosa, also so pink bei der? Hm. Egal. Weil ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mal ein bisschen bei tausend hier angekommen bin. Okay, Leute. Also ich hab immer noch keine Dings gefunden. Also hier steht... Andere Spieler zu trainieren. Um zu bekämpfen. Finde Kristalle auf der Karte, um etwas zu bekommen. Ja, aber wo gibt's die denn? Oder hier ist ja nix. Ich check das nicht. Ich bin zwar, wie gesagt, nicht check. Egal. Wenn's euch gefallen hat, Leute, dann lasst gerne einen Like und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall, Raum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Ast. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.